Drei was kann losgehen was zucken ey, ist es voll wie wenn man gerade Diablo gespielt hat, voll anders, oder? doch, hat er sich die Charaktere nicht mehr steilern lassen egal, wo ist er jetzt hin? ganz ehrlich, kein Plan doch, wir müssen zu der einen wir müssen erstmal bei den Kultus schieren Kultus schieren, mein Wort ist lauter Arsch eh, ich glaub, das ist viel zu laut du hast auch gerade einen Scheiß-Audio-Test gemacht habe ich aber nicht den... äh, ich will doch mal anders ausgemacht wir können nochmal neu starten das muss ja noch von letztes Mal... das Ding müsste doch hier irgendwo gewesen sein ja ähm ist das die Hilfe, mein Süßer? wie der Olle einfach mal ausweicht oooh toll gemacht, Pisser ich liebe dich auch und nicht ne, und war Daphne hat sich doch einen anderen Weg gefunden ich bin jetzt über das Goldfarbe die Dinger sind aber voll angenehm zu farmen und wer ist mit Lecken? kann ich nicht mehr am Fohlen kommen? oh, der kriegt die Hände du bist so ein Arsch, man ja, du bist weil du hast die Korole in der Nähe du nimmst ihn automatisch, du bist Player One und sprichst du nicht mehr an viel Spaß, Tank voll Spaß halt weiter kann ich dich bleiben hey du ich kann schon noch Sekte aufladen wie geil ist das denn? echt Ich will das nicht mehr aufzupfen... Ich kann doch schon auf 6 aufladen... AAAAAAAH! Ha! Ich glaube, wir sind für EDIT! Ist das ok, ey? Da waren wir doch schon drin, oder nicht? Ja, dann müssen wir aber wahrscheinlich nochmal, oder? Oder? Kann sein, weil wir rausgegangen sind. NEEEEE! NICHT NOCH EINMAL! NICHT NOCH EINMAL! AAAAAAAH! NEEE! 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 oder hätten wir die Linke nehmen müssen oder die rechte Treppe nehmen schauen wir gehen, ich geh' jedenfalls nicht noch mal hier lang müssen wir aber glaub ich kannst dich knicken boah, epic hey, du Wegzell steckt vielleicht fest das war aggressiver, ey, den geht's eh nicht lang so nun ja, das war deine Idee, hier lang zu gehen und der Fisch lebt noch, der Fisch töten wir jetzt ja, jetzt war schon viel besser genau wie der Pimp es gesagt hat der Pimp, ne, das ist die ne, wir glaubten, wir sind unten lang und dann sagt der uns unten so ja, und dann, wir sind oben lang das ist die ganze Zeit ein Wolf gewesen, das ist oben ja, was machst du denn auch? kann brennen ja, der Pimp! boah, die Werfel sind ok sei denn jetzt mal hier auch nicht warte jetzt wuush 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 da muss fahr ca ca Pu ca M heart Also Und Mana Nein, weil du jetzt ein Level erreicht hast, ich brauche. Nein, da fehlt einem doch kein Mana. Nein, doch. Und nur eins an dir aus, wenn du zwei gehaltest. Ah. Ey, komm, kein Bock mehr. Wir müssen eh hier lang. Sicher? Am Anfang schon, und danach müssen wir über hoch. Ah, oh nein. Los, oh, oh, oh. Will ich den Kobold nicht vergessen? Nö. Ey, der ist eh gleich tot. Ist ja wieder, ey. Ey, der regt mich grad voll auf. Der kommt ja eh nicht mehr weg. Der kommt ja eh nicht mehr weg. Oh, Alter. Oh, wieso, ey? Oh, wieso, ey? Ey, will die uns totficken? Ha. Vor allem, es will so eine hässliche Kackbox jetzt. Lass abhauen hier. Ja, geht nicht. Wenn die erstmal angefangen haben, wird die schwul wie sonst was. Was ist das? Ha, 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 ha. Das ist... Na, was schalte. Ne, der Raum geht noch. Hö, wie nöt. Ne, lass den erst mal... Erfstattstatt mal machen. One-Hit! Yeah! Von einer Seite zur anderen! Oh, ich kann fast weiter! Analyse, Analyse! Mit der Lugfer aufs... Aufs Asch... Aufs Arsch... Mit der Lupe aufs Soody... Waaahhhhhh... Geht der Abge... Er kommt vorbeide... Komm rein! Hehehe... Bist du schlecht? 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 Na? Machst du mal Magie? Was hat denn geholfen? Ich glaube, Rocky. Ich hätte nicht ganz flüchtig gelernt. Bob, Alter. Wollt das schon wieder abhauen hier, ey? Ich hasse, ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, schnell durchhören. Oh, meine. Warte nicht. Verdammt, ich bin reingelaufen. Ah, du ruf, ey. Warte nicht, und da ist er schon reingelaufen. Lass rein und raus gehen. Nein, du Arsch. Ja, meine Gleis. Ja, meine Gleis. Wir sind so scheiße. Hier. Ja, und da ist noch ein Necronomicon, ja? Ja, ich weiß, deswegen leide ich mich auf. Ja, ich weiß nicht. Ah, mein Gott. Ja, ich weiß nicht. Ah, mein Gott. Das ist so scheiße. Ja, ich weiß nicht, aber die Gleis. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist so. Du hässliches Vibe, ey! Glanzer haut voll rein! Das sind wieder unsere Freunde! Oh! Na, komm! Die Pätsche! Hm? Wie klemmst du dich damit auf? Das ist die Pflege! Siehst du? Schon leer! Der geht nicht! Dauer auf den, du! LOL! Ah, gecheatet, ey! WTF geht ab, mein! Aufladen! Wie du immer hinrennst, ey! Kameran, schneller, schneller, schneller! Nein! Wie warst du hier? Wie warst du hier? Hahahaha! Hahahaha! Ach, scheiße! Son-analyse! Magst du das Wort, oder? Hm, Analyse, klar! Da steht jedes Mal Trap? Okay! Electricity! Das ist immer das Teure! Es ist immer das Teure! Hehehe! Autsch! Der Teure! Ah, vier Schaden! Ich dachte, du kriegst das jetzt! Die Kobold hat's aufgeladen! Also, die Kobold hat sich jetzt mal entladen! Hab's ja gar nicht schon! Oh, voll geil! Auf mich! Was ist da? Der Arsch! Oh mein Gott, einschauen! Ich werde sterben! Das ist Kobold! Das ist Kobold! Sieh, ey! Die Wölfe können wir doch machen! Nur die Schwuchtelgegner nicht! Na dann! Nein! Ich mein das überlegt! Hahahaha! Lass durchgehen! Nein, nimmst ihn rechts lang! Was sagst du gegen die Gegner? Hä? Was sagst du gegen die Gegner? Ich muss nur gegen die Schwuchtelgegner, die einen voll auf den Sack gehen! Hehehe! Hehehe! Ja, haha. Wie du mich einfach mal anwächst. Hier mal, Victor. Wie aggressiv wird. Hier mal, Victor. Hier mal, Victor. Wie schluss! Wie schluss! Und? Von meinen Lantern. Haha! Ja!